Hallo und herzlich willkommen zu We New for a Deinem 3D, hier Steven mit Let's Play Dynasty World 7 Part 17 und wir rüsten uns hier mal einmal eben fix aus und da geht's auch schon gleich weiter ein wenig geballter Action mit Xiao Yuan und einen sehr merkwürdigen Tanz, den er uns gezeigt hat ähm, ok, äh, hallo, hallo, oh, da cool, jetzt haben wir ihn komplett ausgerüstet mehr Gegenstände in der Galerie in der Galerie verblühten die Stimmengalerie okay den Ex-Angriff hat er mit dem Bogen dann lassen wir den Bogen natürlich auch zweimal Dreieck aber wir haben ja noch eine Waffe übrig ist das denn der beste Bogen? Jo geil so was können wir denn nehmen? die Hafe? Nein ich glaube nicht es gibt ein neues Großschwert ach du scheiße ist ja geil aus sollen wir mal einmal kurz durchschauen was ist hier alles Klauen ach du scheiße ich glaube es ist nichts für den ähm was nehme ich denn am besten mal ich nehme mal einfach so einen Schamanenstab warum nicht so oh los geht die Action eins zwei das ist der Ex-Angriff was passiert jetzt wow und jetzt habe ich schon meine komplette Leisten voll ey was holt der denn hier aber das ist nicht schlecht so dann wollen wir uns jetzt platt machen ich wechsle einmal zum Schamanenstab um den mal auszuprobieren der klimpert ein wenig warum klimpert dieser irgendwelche Glöckchen dran aua okay oh der ist auch nicht schlecht was soll ich tun was soll ich unseren ich weiß gar nicht ich habe jetzt gerade nicht aufgefallen es ist auch egal machen wir ein bisschen mit dem Schamanenstart rum ach halt die Klappe ich mache die Pfennig Ratatouille Ratatouille yo also das ist schon also Schamanenstab kann ich nur weiterempfehlen richtig geil jetzt machen wir mal wieder ein bisschen mit dem Bogen hier so was für die Bilder da da kommen nämlich welche oh wir haben das Nachschublager gefunden oh der ist mal hier fällig oin zaaack ihr habt so geile Chance ihr Penner ist einfach nur geil so Muzo macht's gut und hau mal noch ein rein wir haben ja Zeit so mein Gott mal ein bisschen zurück oh hier bin ich hey so nicht Kloppenkei in die Fresse Kumpel so da fliegen sie bla 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 auch der Bogen so jetzt bräuchte ich einmal mein nettes Pony da ist es ja ähm auf hallo aufs ja aufsitzen so ok haben wir auch geschafft dann wollen wir mal Feuerpfeile geil wird ja mal geiler hier ja sinnlos töten das ist mein Gebirge und keiner mehr da viel sinnlos töten ähm keine Ahnung wo es jetzt lang geht gucken wir mal einfach mal wild durch die Wallerfei wie immer und da wird er la 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 die Kopfweh nicht davon da ist ja Zang Wei mach's gut Zang Wei oh der ist sogar schon fast tot wiii hoho oh ich wechsle nochmal einmal zum Schamanenstart um ihn mal eben komplett platt zu hauen so was findet ihr jetzt noch also wenn ich sowieso schon so gut wie tot wäre würde ich mich jetzt verziehen aber nein die doch nicht gucke mal Bogenschützen da kann ich mit ich habe gar keine Bogenschütze HAHA es sah doch aus que願い das durch den Bogenschützen nee was explodiert denn da die Schamatenstab ist auch sehr gut. Ich finde diese Geräusche so geil. Das ist jetzt einfach richtig cool. Aber muss das alles schon richtig mit dem Headset hören? Das ist einfach so geil. Was? Warum wurden die geheilt? Ich töte euch doch. Geil. Nein, das Tor ist zu. Warum macht ihr so? Ah, okay, die kommen immer wieder. Alles klar, das ist so ein kleiner billiger Scheiß-Trick von denen, ey. Ja, den verschissen wir hier. Gut, das heißt, wir müssen erstmal da oben das Nachschublager platt machen. Macht ja auch irgendwie Sinn. Und dann können wir die anderen hier alle erledigen. Hey, weiter. Das heißt, ich brauche da eigentlich theoretisch einfach nur durchreifen, weil die sich ja eh wieder heilen, oder wie? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Aber sie werden als K.O. gezielt. Naja, was soll's. Ich reiche da trotzdem irgendwie. Da soll ich mich mit denen auseinandersetzen, diese kleinen Pisser. Okay. Ja. Ja. Heine geht's. Hahaha. Hahaha. Na cool, Bambus. Cool. Ich mag Bambus. Irgendwie, ja. Ei, ein Hinterhalt. Jetzt kriegt ihr auf den Sack. Okay, da sind jetzt nicht mehr allzu viele übrig. Trinkt halt nochmal auf den Sack. So, war nicht so schwierig. Ey. 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 Das ist aber nicht nett. Der hat ja ein paar Pfeile gegen den Kopf, Leute. Oh, jetzt nochmal vernünftig. Sogar vom Fluch, mein Gott. Ja, ja. Oh, da kommt noch welche. Tschüss. Oh, da hat's ja noch ganz knapp überlebt. Ein Pfeil hat gefehlt. Zack. Voll in die Fresse geklickt. Sehr gut. Machen wir hier nochmal so eine Ex, einen Andriff. Ähm, hallo. So, jetzt aber. Oh, jetzt haben wir da auch nochmal einen drauf. Weil ihr andern müsstet tot. Okay, muss gar nicht tun. Ey, das geht so nicht. Kriegst noch einen ab. Oh, guck mal. Jetzt ist er eingefroren. Jetzt hab ich ihn aufgetaut mit Blitzen. Da ist dieser Jan Puh. Herr Puh Puh. Ich muss sie leider bitten, zu sterben. Das kriegst du zurück, du sagst. Cool, jetzt ist er wieder. Fliegt auch nur so förmlich durch die Gegend. Yo. Ja, ja, laberst du mal. Ey, da hilft noch einer. Tschüss. Oh, lecker. Hühnchen, Hühnchen. Ja, Pferd, bleib stehen. Ich komm einfach. Was für Verstärkung? Siegen sie die Schuhverstärkung. Ja, alles klar. Mit ein paar High Heels. Ach, war das schlecht. Ha, ha. Oh, Mann. Stimme, kann's doch nicht mehr werden. Okay. Mir steht hier immer noch rum, ey. Oh, die haben jetzt Angst vor mir gehabt. Wie gesehen? Cool. Hast du auch Angst vor mir? Ja, irgendwie. Was ist denn da eigentlich los? Gibt's hier irgendwas umsonst? Hauptmann der Verteidigung? Das ist noch gar nichts Brauchbares, oder? Was verteidigt ihr denn? Nur mal so als kleine Frage. Was verteidigt ihr? Sagt's mir doch. Keine Ahnung. Östliche Garnisonen haben wir irgendwas eingenommen. Naja, warum nicht? Besser als nix, ne? So, jetzt müssen wir aber mal da unbedingt diese Schuhverstärkung platt machen. Die geht mir gut. Okay. Geht mir da auch viel Zeiger nicht, dass sie noch mehr von meinen Offizieren platt machen. So. Los geht's. Oh ja, ich bin so cool. Und langsam. Aber geile Mucke. Also wenn man sie sich wirklich auf Dauer anhört, dann dreht man schon irgendwie ein bisschen durch. Ganz klein wenig. So. Da sind sie ja schon. Ich werde da wieder mit dem Bogen was machen. Geht doch mal ein bisschen näher. Ich hab noch was für euch. So. Geht doch mal ein bisschen weg. So. Ja. Geh auf, das alles zu blocken. Ich lauere mich nicht voll. Aber noch ein paar kommen. Geh auf, das alles zu blocken. Ja. 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 La 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 la. Jetzt rein. Geh auf, das zu blocken. Nein. So, Schluss jetzt. Ihr seid ja fieser als die Generäle, ey. Das war ein Kompliment. Okay. Ja, reicht eigentlich, ne? Ich will noch irgendwie mal ein Blatt haben. Guck mal. Da sind noch vereinzelt welche. Ja. Aber nö. Das ist nur noch Fußvolk. Setze ich mich auf mein Pferd und mache da oben jetzt den letzten Blatt. Wird ja auch schon langsam wieder... Oh, warum sind denn hier so viel? Oh. Nein, ich schaff was für euch. Wartet mal. Kommt mir mal hinterher. Ähm. Jetzt aber. Okay, jetzt schaffen die's wohl auch alleine. So. Astounding. Es ist so astounding alles. Oh yeah. Oh yeah. Klein get to bitches. Hallo. Lauf doch nicht weg von mir. Ich krieg euch sowieso. Laufen tatsächlich. Ja, hallo. Da ist wer. Sang-Shen. Hier, ein Pfeil für dich. Schenk ich dir. Der ist geblockt, der Wichser. Ich krieg aber nicht lebt. Ich krieg aber nicht lebt. Ey. Haha. So, der ist platt. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt den letzten hier auch... Ey. Warum sind hier so viele? Wen muss ich platt machen? Hallo? Ach, meine Leute, du bist ein alter Knacker. Ja. Ach, sie labern. Au. Au. War nur Spaß. War nur Spaß. Muss ich alles so ernst nehmen. Nehmt alles zu ernst. Ich kann da nichts für. Jetzt haben wir schon mal den einen platt gemacht. Jetzt der... Wo ist er denn? Hier, Sang-Lu. Hallo. Ja, ja, ja. So. Komm. Sag mal gute Nacht. Bäm. Warum heilt er sich? Warum macht er sowas? Ja, er wird geheilt. Das merkt man. Muss doch jetzt irgendwas sein, oder? Was? Wir teilen gerade Zang... Zang-Düdels. Was soll ich machen? Warum heilt er sich? Das ist scheiße. Wo kommen die alle her? Da gibt's irgendeinen verdammten Hexenzauber. Alter. Okay, hier muss irgendwas sein. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Was? Hier muss irgendein Scheiß sein, wie damals bei den gelben Turbanen. Wo ich hier irgendwas kaputt machen muss, oder sowas. Keine Ahnung. Den Boden muss ich nicht kaputt schlagen. Verteidigt gerade. Ich kann das gar nicht so schnell lesen! Mann! Oh, ihr kleinen Lesben, ey. Warum überlebt er? Warum? Warum? Was? Was? Was hast du denn? Ich habe hier drin, dass ich die Karte habe. Tja, der heilt sich. Okay. Habe ich irgendeine... Nein, ich wollte Karte. Gibt's hier irgendwas? Irgendwas, was mir hier weiterhilft? Das ist doch scheiße. Das ist bestimmt irgendwie Total was Simples Bestenfalls muss ich da unten gleich noch das Lager Oder so einen Scheiß einnehmen Sie schon kommen Ja, ja, halt Oder ich glaube, wir haben irgendwas vorbei Keine Ahnung Ich schaue mich nochmal einmal um Außerdem muss ich den Part Sowieso gleich beenden, denn die Zeit ist nämlich gleich rum Beziehungsweise sie ist schon um Ja, hier ist irgendwie auch nichts Brauchbares Hey, das ist doch bekloppt Okay, dann beende ich hier jetzt mal einmal den Part Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Und ihr könnt mal gespannt sein Ja, wie dieser Typ hier zum Platz zu machen ist So, jetzt habe ich es gefunden Also, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut, bis dann, ciao